hallo aber eine sehr plastische armee der kleine sieg die feinde flankieren euch schlagt sie zurück es ist ein hinterheritschlagnost Okay. Da suchen wir unser Bestes. Da in your ranks! Retreat! Withdrawal! For the Moon Dragon! Retreat! Withdrawal! Manger of Cities! Ja! Manger of Cities! Mines as one! Retreat! Withdrawal! Iron heil goddess! For the Emperor! Restore Order! You never come after me there. On to command! Overwhelmed! Doors! Oh god, der kommt, der kommt! Oh god, der kommt, der kommt. Feindliche Verstärkungen sind eingetroffen. Greif mit Umsicht an, mein Herr. Jetzt sind wir uns. Einige Chance ist es, ob wir den amerischen Helden anziehen können. Nur mein Scherper! Die Scherper! Die Scherper! Die Scherper! Die Scherper! Die Scherper! Overwhelm! Eure Krieger sind müde, mein Herr. Aber ihre Anstrengungen zehren an ihren Kampfkünsten. Lass uns etwas ruhen, egal wie heftig der Kampfkünste ist. Sardar! Never conquered! Defenders of a day! By celestial decree! Armonia! Armonia! Defenders of a day! Celestial theory! All the world! Oh, 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 oh. Ah, oh, 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 oh. Ahaha, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gute. Izen��들 of a Black Oest. tatsächlich ich gehe schon ich gehe schon englisch ich gehe schon englisch ja 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 unterstützung ja sehr gut ja 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 ich jetzt siegen ich hier und hier an stimmen und dort vorzudringen hier durch diese weg da ein hier und hier belagerung zurück leicht hier hier barrikaden errichten scheinlich werden von hier ja postman Huh. Dragongod! alle hier und hier rein dann durch diese weg hierher und hier und hier und hier Dragonguard! Spears! Wind and Fire! Wind and Fire! The Celestial Fatal! We train the troops in the same way, so that we can then move forward. Arters! Defenders of Cathay! Peasant artists! Cultured! Heaven's awake! For the Emperor! Peasant Horsemen! Stone and Steel! What? The Storm Wind blows! My mind is ready! Find harmony! Fight as one! Fight as one! Look at this! Wow! What's going on? The fighters of Cathay are in the best formation. Be careful not to solve this unnötly. And so to protect the harmony, which gives them power. The strength! When and the battlefield is hidden! The U.S. Oh Mann, wollen wir sehen, wie sich die Armeen unseres Reiches bewegen? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, noch mal ein Jahr, der Bild auch. Aha! also die kontrollierte probieren hatte die kontrolle über eine provinz entweder durch besitz oder was allen und militärische wieder vereint der robot und besetzt die progene siedlung mann lieben entfürst von anjan mit den fürsten von anjan ausgelöscht von der fraktion bleibt nur noch ein kleines gelächter der düsteren geteilt aber zwei provinzen die I was born to wield it. Miao Ying. Alle Landseiten weiter. Auslanbar. Weiter. Wo Gene kriegst man passen, der raconte aber. Das ist ein Yin-Yang, ein Yin-Yang. Was bauen? Was bauen? Was? Hm. Eleider ist dran. Inspirierender Gegend. Hier ist eine Chance für 6 Geschosswerke. Für 6% Geschosswerke. Für Baumbugenschütze, Ambus-Bugenschütze, das heimlich ist nachher zu. Und ja, der krieger Ambus-Schütze. Eisen-Schütze. Mitzonen für Eisenschütze. Gar nicht schützen, wo es keine Ahnung gibt. Aber ja. Ich bin ein Kind. Hm. Unsere Supremacy ist sicherlich. Was kann man denn gar nicht schützen? Ah. Ich werde jetzt weiter ausmachen. Was kann man denn gar nicht schützen? Wenn die Kontrolle sinkt. Ah, wir können eine Rasse erheben. Unsrate erhöhen. Schöne an Ackernpapier. Ein Depertierungs-Karteänze. Sack kommen. Der Herr Magistrate steht auf dem Weg. Gut, beenden wir dieses Video, wie wir gleich diese Runde beendet werden. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr viel Spaß hattet zu sehen, wie ich die Stadt eingenommen und die Provinz vereinigt habe. Wir hören uns in der Endcard, sehen uns im nächsten Video und bis dahin, viel Schlacht in Glück und Harmonie wünscht euch euer Ali.